Willkommen bei der sozialen und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema, dazu muss ich noch einen Namen finden, was man als Bezugsperson denkt, jegliche Art Bezugsperson, und was gesagt wird. Und damit man wirklich auch Eltern beruhigt. In der Klasse versucht man immer wirklich, unter den Kollegen, man sieht das ja, in der Klasse versucht man als Person, als Bezugsperson, die vorne steht, oder die mittendrin ist, immer versuchen, stark zu sein. Damit man wirklich keine Schwäche zeigt, weil sonst kommt dieses ganze Wenn und Aber, und ich möchte und ich will, ist immer ein bisschen schwierig. Unter den Kollegen selber ist man dann etwas lockerer, ist ja logisch. Dann sagt man auch mal das, was man auch mal so denkt. Bei den Eltern ist es schwierig. Da muss man wirklich immer eine Möglichkeit finden, wie man es ausdrückt ohne, also bei besonderen Fällen, zum Glück sind ja die meisten Fälle nicht so besonders, also bei besonderen Fällen im negativen Sinne, dann nur Umschreibungen zu finden. Dass man so sagen kann, so und so sieht es aus. Es sieht leider ganz schlecht aus. Im Hinterkopf denkt man sich natürlich das andere. Es sieht total schlecht aus und Hoffnung habe ich schon lange nicht mehr. Aber im Endeffekt ist es so, dass man als erwachsene Person, als Bezugsperson immer aufpassen muss, in dem Bereich, was man sagen sollte. Und man muss auch als Bezugsperson, vor allem auch als Lehrer jetzt, diesmal als Lehrer, immer mitteilen, die Lehrer sind da, um zu lehren. Das sagt ja schon der Berufswunsch oder der Name Lehrer. Und nicht um zu erziehen. Erziehen machen die Eltern. Oft denken aber die Eltern immer, dass die Lehrer, dass die Schule quasi die Kinder erzieht. Ist aber nicht der Fall. Für die Erziehung sind die Eltern da. Und das sollte aber auch wirklich so sein. Einige Eltern regen sich auf, warum die das nicht machen. Aber sie werden ja nicht für zwei Jobs bezahlt. Sie werden ja nicht für einen Erzieher bezahlt und als Lehrer. Das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, es gibt ja nicht genug Zeit dafür. Deswegen, was Lehrer denken, was Betreuer denken, was Erzieher denken, ist manchmal was anderes, als man im Endeffekt sagt. Es kommt auf dasselbe hinaus. Es wird nur sauber umschrieben. Aber im Endeffekt gibt man ja doch sein Bestes und versucht die besten Möglichkeiten rauszufinden, wie man dem Kind helfen kann und wie man das auch den Eltern vermitteln kann. Sodass auch die Eltern vielleicht helfen können. Weil die Eltern sind ja für die Erziehung da. Die sind dafür zuständig. Die kriegen dafür auch ihr Kindergeld, um das Kind zu versorgen und auch um die Erziehung zu machen. Und die Lehrer sind dafür, um den Kindern was beizubringen. Und da müssen die Eltern auch vermitteln und auch erzählen, dass die Kinder auch lernen. Und nicht irgendwie in der Ecke rumsetzen, malen, den Kopf auf den Tisch legen. Oder dann einfach mal in den Unterrichtsraum reinbrüllen, rufen, schreien. Mir ist langweilig und haut auf den Tisch und solche Sachen. Das erlebe ich ja auch. Also da ist in der Erziehung immer ein bisschen was schief gelaufen, muss man wirklich sagen. Da fehlt es wirklich an einer Stelle oder an mehreren Stellen. Da sollten viele Eltern wirklich nachhaken, was die Lehrer sagen. Wenn die Lehrer wirklich sagen, ihr Kind stört zu viel. Dann bringt es nicht mal ein lockeres Gespräch mit dem Kind zu Hause führen. Weißt du was? Pum, Pum, Punkt. Du störst den Unterricht, das geht gar nicht. Ich nehme dir jetzt mal einen Euro weg von der Taschengeld. Das hilft nicht. Man muss wirklich, wenn man erst mal sprechen und wenn es dann weiter stört und weiter stört und weiter stört, dann kann man irgendwann auch die Bestrafung machen. Außer der Rest ist keine Bestrafung heutzutage. Dann gehen sie ans Internet oder gehen an den Fernseher oder gehen an den Computer und chatten rum. Das ist für die noch eine Belohnung. Auf jeden Fall, man sollte, wenn es wirklich gar nicht geht, erst mal sprechen. Wenn es gar nicht geht, dann auch eine Bestrafung irgendwann machen. Die Bestrafung sollte dann auch so aussehen, dass man wirklich das streicht, was das Kind am liebsten mag. Weil dann merkt es, es wird ernst. Und das auch nicht jetzt für ewig. Sondern erst mal nur ganz kurz. Und dann macht das Kind vielleicht ein bisschen mehr mit. Und dann läuft es aber auch. Dann kann man noch besser mit dem Kind reden. Aber dass man erst mal wirklich klare Grenzen zieht. Ja. Das war's dazu. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Nachdenken. Und dann kommt der Reich. Ich wünsche Ihnen noch immer noch. Ich wünsche Ihnen noch einmal. Untertitelung des ZDF, 2020